Ja, wir sind wieder zurück mit Let's Play Pokémon Crystal. Im letzten Part haben wir uns um Suicum gekümmert, den wir sonst gefangen haben. Und heute werden wir uns jetzt die Route 44 ansehen, da wir jetzt auch mit der Story weitermachen wollen. Denn Suicum war ein Pflichtteil, weil sonst wären wir bei der Route 44 nicht weitergekommen. Das Spiel hätte dann dazu gezwungen, das Suicum zu lösen. Aber wieder an zu gewohnten Sachen zurück. Zu gewohnten Pokémon, zu gewohnten Stellen, alles wie gewohnt. Ja, so gut wie es halt geht. Wenn unser Ziel wird ein 5er jetzt, dann sehen wir uns jetzt in den nächsten... ...dann eben dann bis nach... ...em Old City fortkämpfen. Denn dort erwartet uns dann die 8. und letzte Arena von Jovo. ...und er wird's auf jeden Fall nicht ganz einfach haben. Denn... ...wir werden da auf jeden Fall nicht gerade ein einfaches Spiel haben, da... ...die mit Pokémon des... ...eines Types... ...kräfte aus starken Pfoten sind. Ich werde jetzt bald bemühen, es dort nicht zu verraten. Das hat nur eins davon. Wir werden auf jeden Fall fast das gesamte Arsenal gebrauchen gegen sie. So und gegen Kadabra... ...bräuchten wir eigentlich auch wieder etwas physisches. Wir haben fast nichts physisches. Das ist das Problem. Wobei ich glaube, Geist muss dagegen psycho-effektiv sein. Wobei ich jetzt da gerade absolut nicht sicher bin. Wenn ich lieber auf die Oppensicherung gehe, mache ich einfach einen Kopfnuss. Weil... ...und ich den Attacken... Es wäre zwar sehr effektiv, aber es sind halt leider alle speziell. Also Sipi ist schon auf Kopfnuss angewiesen. Also wird mir Kopfnuss auch weiterhin behalten. Alleine für Psycho-Pokémon die halt... ...schwache physische Abwehr haben. Dann kommt unter der Mama gekauft uns auch wieder ein paar Items ein. Diesmal ein dekoratives Item für unser Zimmer. Das ist doch auch ziemlich süss. Hier gibt es auch wieder ein paar Items. Ich zähre viele... ...aber immerhin einige. Ich bin bei einem Bären... ...ein paar mit einem Brandbären und hier zum Beispiel einem Top-Schutz. Ich glaube ich gebe es auch wieder einen Trainer, der auch wieder rückrufen kann. Ich werde jetzt auch wieder auf einen Rückruf von Amadeus warten. Weil ich, Jedi, es verpatscht habe mit dem Wasserstein zurück... ...den Alph-Ruin zurückzukehren. Um das dritte Rätsel... ...kammer zu lösen. Und ich bin wieder aus der Sinn auf die Zweige gekommen. Tut mir leid. Was ist jetzt gerade einer der Save-States sind. Es hat nur so, ich habe nämlich B-Temmach gerade... ...unter der Zweige... ...und... Ich habe wieder das Bedürfnis, dass da meine fetten Finger... Fingernägel wieder auf die oberen Tasten auch noch... ...und... ...kommt. Ich habe nur noch die Zeit gefangen zu verschneiden. Asi-Narzt kommt jetzt mal zum nächsten... ...und dann bin ich wieder müde. Da... ...geld da... ...fällt da da einfach mal so die Zeit auch für... ...Piut. Deal, so... ...und das habe ich gesehen so. Ich schiebe das B-Temmach sowas von vorne weg. Weil ich eigentlich keinen Bock habe darauf. Und andererseits, weisst ich was jetzt dann zuerst ankommt von diesen aktuellen Parts, entweder von, wobei, nein das müsste sogar eher ankommen, denn es läuft derzeit gleich mit Resident Evil 4. Dann mal nehme ich eine gute Neuigkeit, denn The Legend of Zelda Breath of the Wild ist jetzt zu Ende aufgenommen, das heisst das Projekt ist jetzt komplett im Kasten. Und ich kann auf jeden Fall jetzt garantieren, sobald dann eben The Wind Waker HD endet, dann wird es auf jeden Fall dann wieder weiter gehen mit Breath of the Wild und dann auch bis es vorbei ist. Und das Nachfolgeprojekt steht auch schon fest, das werde ich dann am Ende von Breath of the Wild sogar bekannt geben. Seid auf jeden Fall gespannt, also. Bis jetzt nur noch eine Zeit finden, in dem ich dann eben nach The Wind Waker HD komplett aufnehme und dann habe ich wieder so viele Parts auf Vorrat, dann haben wir wieder ein paar Projekte in Vorbereitungen. Bis du mich jetzt ehrlich langweilen mit diesem blödem Schlaf oder wie? Keine Waves, kommt in dem ich dann mit Paradeemen oder wie? Oder nein, kommt einfach mit Konfusion! Und mit einer Verwirrung! Gewährung, ach! Verarsch mich doch noch mehr, spiele es gut. Es muss bei meiner Laune nicht noch weiter in den Dreck ziehen, als ich heute schon habe, wenn die Sonne nicht scheint. Ich weiss immer so, wenn die Sonne nicht scheint, ist meine Laune meistens im Keller unten. Ich hätte gehofft, sie würde noch oben bleiben heute. Hä? Alleine, dass ich jetzt mal eine Freude habe, dass endlich ein POTW mal endlich ein Ende gefunden hat. Weil das schon fast anderthalb Jahre läuft. Und es ist doch immer wieder ungebrannte Pausen gehabt, von denen wir nichts konnten. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall zu 100% garantieren, das Projekt ist jetzt komplett im Kasten. Sogar komplett auf YouTube. Also es sollte jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen. Betonung liegt auf EIGENTLICH. Hoffen wir es mal, dass es auch so bleibt. Weil ich habe keinen Bock, es noch ein drittes Mal machen zu müssen. Weil wir müssen es zweimal machen. Also wir mussten es zweimal machen. Einmal weil er eben Dings versagt hat. Äh... Fraps. Weil er eben Fraps versagt hat. Einfach weil er nicht aufgenommen hat. Und das Backup... Von der Gato auch nicht mehr existiert hat. Weil ich Shady zu blöd war. Es zu erstellen. Deswegen musste ich es rekonstruieren bis zu dem Teil. Ja gut, wir waren da auch nicht gerade all zu weit fortgeschritten. Da ging es ja noch. Aber jetzt ehrlich. Wenn jetzt das finale Scheisse lief. Und es verloren geht. Weil das tun wir nicht nochmal an. Das haben wir jetzt auch... Gemeinsam beschlossen. Wir tun das uns nicht nochmal an. Jetzt ist es vorbei. Jetzt... Und das Schicksal darüber entscheiden. Ob es überlebt oder nicht. Und am anderen Tugendprojekt, was wir gerade zusammenarbeiten, sind wir auch schon gut an der Reihe. Da kann ich mal eine kleine Vorabinfo geben. Das werdet ihr dann ausschließlich bei Keanu sehen. Aber ich werde dann die Parts bei mir verlinken. Und so wird dann das Projekt dann veröffentlicht. Sobald wir mit den Aufnahmen fertig sind. Um auch schon mal zu garantieren, dass es keine... Probleme gibt. Das war seine Entscheidung. Wir kommen halt selten nur zur Aufnahme. Wir haben da schon fast schon einen vollen Terminplan. Und müssen schon mit Zeitmanagement schauen, wann können wir es noch inzwischen reinschicken. Wir haben es jetzt letztens schon mal geschafft, BOTW abzuhacken. Schon mal ein Problem weniger. Aber dann gibt es dann eben immer noch Star Wars The Old Republic. Dann gibt es auch noch GTA 5 Criminal Mastermind. Was fast gescheitert wäre, dass es wieder ein Zwischenfall gab. Dann haben die anderen auch noch hier Start ULA. Wenn sie gerne zocken wollen. Dann gibt es noch meine Projekte, wie z.B. Pokémon Crystal, FALF, Red Trude Sel, Da... Also mit Waker HD, und etc. Da kommt halt sehr viel zusammen. Wir müssen halt schauen, man kann mir das managen. Und bei Star Wars ist es halt eben so... Für... damit es besser bringt, dann nehmen wir immer so monatlichen Support. Und... Wir sind jetzt langsam auch wieder in Verzug geraten. Denn... Alleiner hat mir schon Pech, eine Woche nicht aufnehmen zu können, da entweder einer krank war oder einen anderen nicht konnte. Oder mein Herz hat mal einfach abgespielt. Bzw. der Mikro. Das Mikro, das ich jetzt habe, das ist einfach nur perfekt. Ich muss zwar das tasten und die Gapen klackern immer noch, aber das... Was ist jetzt da damit nehmen? Ich kann es nicht besser. Immerhin das meine Stippkmalie... Und dass ich jetzt nicht so bedickte ZZ schreien muss. Das ist... Durchaus annehmbar. Oder... Steht mir doch dazu, ne? Ansonsten... Ansonsten... Belegen... Vor allem bei Rest in D.B. 4. Das mache ich jetzt... Jetzt seitdem, dass ich nur 2 Folgen pro Woche aufnehmen kann. Nicht nur weil die Lust fällt, ist halt nur so, ich bin immer nervös, wenn ich es aufnehme. Noch mal kein grosses Geheimnis. Ich bin immer nervös, dass da zu viel Scheisse passiert und mich dann wieder zu viel aufregen muss. Und ich will es nicht mehr. Ich will mich nicht wieder zu viel aufregen. Was mir einfach immer alles ruhig angehen. Da ist also keine Hektik mehr. Und das habe ich jetzt auch nicht mehr vor. Wenn es bei Böck verhindert. Solange ich das jetzt noch gemanagt kriege, ist das doch alles in Ordnung. Wenn es dann mal wieder so sein wird, dass ich mal wieder arbeiten kann, dann sollte man sich dann anschauen, wie mir das regeln. Vielleicht dabei ist es auch komplett K.O. von der Arbeit her. Aber das ist jetzt mal ein anderes Thema, das könnte ich dann erst mal in der Betracht ziehen, wenn es dann endlich mal einen positiven Lichtblick gibt. Also sprich, wenn dann wirklich alles wieder im Lot ist. Was wir so für Projekte bringen können, weiss ich jetzt auch nicht mehr. Da fällt mir jetzt gerade an, kläre ich das ein. Und entschuldigung für... Das ist... ...e...bö... Das hätte vielleicht... Ich bin wieder aussehen ans Mikro gekommen. Aber mir fällt es halt nicht mehr viel ein, was ich noch beladen könnte. Okay. Es hat immer wieder so, wenn ich es nicht wieder kann, dann habe ich wieder das Gefühl, ich habe wieder meinen Job nicht richtig erfüllt. Ich habe es einfach nicht richtig... ...kann. Gut, okay, ich könnte jetzt ein bisschen der Gerössere Gefahr geben. Schnapp und käme. Ja gut, Ton-Attack ist auch nicht gerade schwach. Ja gut, das war jetzt nur ein Volltreffer. Was auf jeden Fall noch kommt, mit Badgered Will und dann auch noch Yooka-Lay-Li. Aber ich kann selber nicht sagen, was ich noch alles bringen werde. Und ein bisschen Projektmässiges da habe ich jetzt auch schon zwei in Aussicht. Jetzt dann aktuell laufen. Und da... Dieser Trainer, unter dem können wir die Nummer auch haben. Dadurch die Frage, ob es noch Platz hat. Ja. Dann von ihm klimme ich auch Items. Bevorzug Bock-Bälle jeglicher Art. Ich weiss jetzt nicht, von was alles. Was man auf jeden Fall ausschliessen kann, sind Meister-Bälle. Also, als ob jemand Meister-Ball wegwerfen würde. Was wär's noch? Ich läuft mal so in der Gegend rum und ich finde dann mal auf dem Boden so ein Meister-Ball, der zum Beispiel einen Mino Bock-Tolle wert ist. Das wär doch mal was. Ist der Typ, der es weggeworfen hat, wirklich der grösste Idiot. Und zum Pokémon, der Go-Ready, so bei Coach und Devoline bin ich auf jeden Fall nicht der Einzige, der es nicht haben möchte. Ich habe das auch keine Meinung. Es ist zu schlicht gehalten. Das setzen wir jetzt beide auch aus für den nächsten Gen. Ich hoffe, ich dann wieder eine richtige Gen wird und nicht wieder so ein Pokémon-Go-Up-Klatsch. Und irgendwo auf dieser Insel ist nämlich ein Supertrank. Okay, Supertrank sagen sie mir hier und hier ist Nellix hier. Also falls jemand bei Poké-Wiki angemeldet ist und das Netzplay verfolgt gerade auf der Seite ist, bei Router44 dann bitte korrigiert das. Derjenige, der das geschrieben hat, wirklich... falsche Infos. Und der Grund, dass ich gerade auch keinen Schutz benutze, weil ich immer noch hinterhoffe, dass ich mal Reiko noch über den Weg laufe. Na gut, solange ich nicht über 40 bin, dann kann es ja noch passieren. Weil das muss ich dann irgendwann auch mal triggern. Wir brauchen ja die zwei, damit wir beim Zintorn weiterkommen, aber das ist dann alles Zukunftsgeschichte. Genau wie die Zukunftsgeschichte ist, dass ich dann mal den Relax mal ansehen und wenn es sich dann gut benimmt, dass ich es dann auch ins Duell-Torn-Team packen. Ich weiß nicht, ob ich es mit Movepool gut verbessern kann. Was dann das dritte Pokémon sein wird, das weiss ich eben noch nicht. Das muss ich eben noch überlegen. Und ich muss mal kurz muten, denn ich habe irgendwie zu stopfen. Ein Moment. das ist einfach engelig, wenn man noch einen Schnupf dazu hat. Also hier bei der Höhle wäre mir spätestens, ich bin durchgekommen. Also zu diesem Eispfad und nein, ich kann das auch machen. So, ich muss mal kurz raus tappen. Ich brauche jetzt Eispfad wegen den Items. So. Entschuldigung. So. So. Das werden morgen 아니에요, denn noise taucht es generell nicht auf, wenn wir sonst mit Schutz wieder durchlaufen. Und jetzt krieg ich das schlonghin! Was ist heute in跟你 Katast bounces 곡? Aber es ist nicht schon genug gelitten, live. Ok, im ersten Untergeschoss, im Felsen. Ich glaube, ich werde den Deck nochmal aktivieren. Er hofft auch, dass ich mal etwas kennen könnte. Und die Eispfad hat sich auf jeden Fall gewandelt. Sieht jetzt auch wieder in die richtige Eishöhle aus. Anstelle von... ...Goldensilben, damit es dann nur wieder hingeklatscht aussieht. Die Eisrätsel sind auch ohne Probleme zu lösen. Und da sieht man auch schon an der... ...VM07, die einfach da rumliegt. Die liegt da einfach mal so rum. Diese sogenannte VM. Nämlich die... ...VM07, die Kaskade. Wir können es dann gleich noch zum zweiten VM-Kaufen beibringen. Und in der Harkotten zu uns hin, weil es das eben noch besser gelöst hat. Da wird nämlich ein NPC sagen, dass er das verloren hat. Und uns das dann schenkt, wenn wir es geholt haben. Weil er dann doch noch ein paar... ...mehr hat. Hier liegt es einfach nur so ohne Sinn rum. Ja, das ist auf jeden Fall der Fans, wenn er nicht mal die Nägel gestickt kriegt. Das macht das Steuern da auf der Tastatur auch nicht gerade einfacher. Nein, vor allem das Kraft musste ich ja schon holen. Dafür musste ich gerade Rosanna prägen. Ja, wir werden jetzt hier wieder ein Eisschiebe-Rätsel haben. So, dieser hier ist ohne Belang. Kann ich nirgendwo hinschieben. Was ist da unten? So, dann kommst du mal dort hoch. Und da lassen wir dich dann. Du kommst dann hier unten. Lass mir dann schauen. Aber jetzt musst du wieder hoch und dann dort drüben. Ist das richtig? Ich meine, die brauchen wir eben für das... ...weiteren Vorankommen, diese... ...Steinblöcke. Wir sind dann eben für das nächste Untergeschoss. Okay, das hier müssen wir jetzt auch wieder schieben. Und was mich jetzt neulich auch auf Steam geholt habe, ist jetzt nämlich auch Turok 2 Seeds of Evil, die Remastered Version. Und da habe ich mich auch entschieden, dass ich dann mal im Laufe der Jahre dann ein Re-Let's-Walk drauf dazu mache, dass wir dann auch beide mal gesehen haben. Oh, die Unterschiede. Das alte Let's-Walk-Dorf würde dann nicht gelöscht werden. Und einerseits bin ich beim alten Sons nicht zufrieden gewesen, da ich von vier Parts vergessen habe, den In-Game-Sound mit aufzunehmen. So, jetzt müssen wir schauen, was weiter geht. Aber du musst hier rüber, dann musst du hier hoch, musst du hier rüber, dann hier rüber, dann hier rein. So, gelöst. So, und jetzt nur noch du. Geh rein. Es sind nämlich vier Fels, die alle umplatziert werden müssen. Dann können wir jetzt auf jeden Fall die Treppe runter. Und jetzt ist das Rätsel jetzt hier auch gelöst. Mit diesen Stein-Arnoten kommt jetzt dann eben hier in die Mitte. Aber ich glaube, man kann es auch abkürzen, wenn man ein bestimmtes Loch runterfällt und auch nur ein Stein geschoben hat. So habe ich es zu wissen. Zumindest war es bei der Golden Edition so. Das habe ich beim Speedrun gemacht. Ja. Ich habe mal Pokémon Gold gespeedrunnt. Okay, in einem Stein im zweiten Untergeschoss. Da kann man sie drüber, aber kann man sie auch brauchen. Aber das haben wir ja mit unserem neuen Sklaven. Denn hier findet man auch noch ewiges Eis. Moment. Nach dem Rutschen über eine Eisfläche im dritten Untergeschoss. Okay. Einen Moment mal. Bin ich jetzt entweder bei Hardgold und zu 7 gewandt oder ist die Infos alle falsch? Das heißt mal, dass Poké-Wiki mich anlügt. Oder verlieh ich mich gerade selbst? Okay, ich kann das wahrscheinlich auch nicht betrauen. Entweder bin ich bei der falschen Seite. Bei Hardgold und Silver. Landet. Dann muss ich auf jeden Fall das, was ich gesagt habe, zurücknehmen. Dann hat... Wenn ich das korrigieren muss, muss ich es wahrscheinlich gar nicht tun. Dann lag ich falsch. Es sind noch ein paar Fehler drin. Ich kann das jetzt nur nicht gerade nachgucken. Ohne dass der Ton nochmal weg ist. Okay. Dann springen wir hier nochmal runter, damit wir an das Item rankommen. Die TM44. Das müsste Erholung sein. Ausser Poké-Wiki rügt mich jetzt auch diesbezüglich an. Es ist immer noch Erholung. Und ich glaube, das bleibt auch Erholung. Es kann auch sein, dass ich ein paar Items übersehen werde. Der Top-Trunk habe ich jetzt zum Beispiel nicht gefunden. Der Eisheiler, der angeblich versteckt in einem Stein und so ein bunter Geschoss sein soll. Ich verwende einfach nur noch alles. Ich glaube, ich werde dann einfach auf den Detektor setzen. Und hier ist wieder irgendwas versteckt. Das könnte jetzt einer dieser Steine sein. Ja, hier ist der Top-Trunk. Und dann einmal Rest hier unten. Dann einmal Rest hier unten. Wenn wir jetzt zuerst mal da unten. Dann... Dann dieses Item anzukommen. Das ein Eisen enthält. Was kann ich hier denn noch verkaufen? Ich kann nur die Frage, ob ich dann immer noch genug Geld hätte, um mir die dazu holen. Sonst müsste ich es halt ohne machen. Ohne diesen... Stärken... Dingen. Wenn ich sie dann eh voll trainieren möchte für den Duellturm. Weil ich brauche ja das Geld nämlich für die gesamte Hyperbälle. Ich muss dann wieder so etwa 30 Stück auf Vorrat kaufen. Oder 50. Mehr... Mehr 50. So, hier haben wir nochmal ein Protein. Da habt ihr mir ein Abwehrbus, was ich nicht mitnehmen kann. Ich weiss jetzt einfach den Feuerheiler weg. Den nächsten Tests findet halt einen Feuerheiler. Dafür habe ich einen Abwehrplus. Weil die Abwehrplusen die spare ich auf jeden Fall auf. Die werde ich dann für das... Duellturm-Team verwenden. Hättet ihr zuerst gedacht, dass er für das normale Team aber... Miri doch lieber für das Duellturm-Team. So, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind jetzt in Ebenhold City angelangt. Und am Samstag bekommt man von einem... Wochentag... Typen da eben auch noch etwas geschickt. Aber wir haben jetzt gerade nicht Donnerstag sondern Montag. Morgen müsste ich dann kurz... Dann für den rosa Band raus. Naja... Aber die grosse Stadt bekommt und die gibt es dann erst im nächsten Part. Weil ich muss jetzt erst mal ein paar Sachen ablegen. Und dann wieder etwas verkaufen und dann wieder neu einkaufen. Und ich werde auf jeden Fall einen VM-Squad behalten müssen. Denn für die 8. Arena, der wird mir auf jeden Fall Stärke benötigen. Dann werde ich einfach das Pokémon raus wählen, was wir absolut nicht gebrauchen können. Und ich denke, dass es so viel... ...von Tuffler sein wird. Auch wenn ich sein Schlafbutter noch gut gebraucht könnte, aber es wird halt nicht viel nützen. Naja... Aber ich sag mal dann, ich mach jetzt die Vorbereitungen. Noch... Die können wir noch kurz gemeinsam machen mit Verkaufen. Und jetzt verwehre ich euch nur noch mehr. So, die Beissbären mal ablegen. Die Beissbären mal ablegen. Die Beissbären mal ablegen. Der Top-Schutz. Top-Leber. Das Elixier. So ein Top tränken. Das Karpon verkaufen wir. Das Ewige Eis brauchen wir. Wobei, das Ewige Eis könnte ich vielleicht sogar mitnehmen. Und ab mit Plus. Ich überleg's mir. Vielleicht nehme ich Ewige Eis sogar mit. Für uns, äh... Rosanna. Da wird der Eis-Attack noch ein bisschen stärker werden. Je nachdem, wie ich so eine Angriffswerte sagen kann, kann ich's noch mitnehmen. Wenn sie stark genug sind, dann lasse ich es. Ich werde gleich den neuesten Pokémon machen. Der müsste jetzt auf jeden Fall Hyper-Belle haben. In Massen. Da kriegst du mal das Protein. Dann das Eisen. Ich denke, wenn ich nur so wenig Geld habe, muss ich auf jeden Fall eher auf Dinge gehen. Ohne diese... Und dann... So... Wie viele Hyper-Belle habe ich? Also 6. Kaufe ich mal für den Anfang weitere 24. Weil man sieht, die sind nicht gerade sehr billig. Die können wir uns sogar schon mit Top-Track versorgen. Aber momentan ist das jetzt noch nicht notwendig. Das würde ich mit ADRS für die Pokken-Liga aufsparen. Oder für den Secret Trainer. Also für den allerletzten Part. Und wir könnten uns jetzt auch mit Top-Schutz versorgen. Aber ich... Ich glaube, der Super-Stutzt ist nämlich in Sachen von Top-Schutz... Zwar halt die Leistung ein bisschen unterregen, aber dafür preislich immer noch besser. Naja, ich werde jetzt nochmal den Part der Stellenbänden, den Stadtbummel und die Arena werden wir uns dann im nächsten Part widmen. Danke für die Zusehen. Ciao und bis zum nächsten Part. Adios!